ja neuer meilen freunde willkommen zu unserem was zu meinem ersten video ich habe gerade noch einen keks im mund sorry wir spielen survival games oder besser gesagt mit survival games mit jannik auf dem pixel server und ich muss mein kit auswählen ich nehme archer um ja das ist das erste video auf meinem neuen kanal keine sorge auf diese bei uns kommen auch noch was und jannik du stehst oder ich stehe neben dir und ja wir werden jetzt werden von hier aus geradeaus okay damit wir uns nicht verlieren okay wir gehen zurück ok guten nein komm na du rennst dahin und wartest dann da und wird sich schon eine kiste und ich komme da auch hin ich hole mir dann auch noch küsse übrigens ja ihr seid gleich gleich wenn wenn ruhe ist hat er sechs fünf vier drei verzeihung zwei eins los ok erfahrungsfläschchen und andere scheiß alter ist eine kiste wird gar nicht geplündert okay jannik ich komme jetzt zurück hier ne ich habe direkt eine volle rüstung ich habe ein bisschen ich habe ein stein okay geil ich habe eine steinaxt und jannik hier ich bin da also übrigens ja gut wenn wenn gleich erstmal hier piece ist dann kommen wir holen uns mal direkt die anderen kisten um ja weil sie nicht vielleicht ein bisschen andere spieler trollen es macht ja auch spaß nicht ach wie geil es gibt Spinnennetze ein holzakt und noch eine Scheiße hier die Christe wurde wahrscheinlich schon gemobbt ach wie dämlich ist er denn auf geht diese spieler immer sagen töten wir oder Janikow bist du ich fühle mich so allein ich bin hier um bei ich bin die rote gegangen die wir immer gehen ich gehe auf die Steintreppe hier also falls ich da hinkomme ich bin jetzt auf dieser Steintreppe ja warum warum ich sehe dich nicht auch Janik Alter warum verlieren wir uns denn immer es gibt es noch nicht Janik ja bitte obwohl er nicht am Holzschwert Pirates Wood Schwert geil egal ich nehme es auch ich kann dir ein bisschen Rüstung geben hier nimm das ja mehr habe ich nicht so jetzt lasst wir hier weiter so nun mal gerade hier okay komm dann lass es warte mal ich glaube eine Steinachst das ist mir die beiden Kisten habe ich schon beide geplündert dann lass mal hier runter schwimmen und auf die andere Seite da was für eine Brücke ja kommen auf jeden Fall um wollte ich das gerade wegen Abos sagen bei Superoldies sehen Julius und ich dass da wirklich die Abos schwinden und das liegt meiner Meinung daran dass es nur eben die Leute sind die die einen einfach nur abonnieren weil weil denen ein Video von uns gefällt und das finde ich halt ein bisschen also fühlt man sich schon verarscht weil man ich weiß es ist lange jetzt kein Video gekommen und dafür entschuldige ich mich auch aber das geht jetzt gerade ich will mich verarschen Junge ich komme nicht mehr raus Janik was Alter wie beschissen ist diese Map denn gebaut man muss doch irgendwie oder kann ich tauchen ey Junge wenn ich geil Gott geil man kommt hier doch raus okay dann ist die Runde doch nicht gelaufen auf jeden Fall wollte ich sagen ich finde wenn man einen abonniert dann will man einen ja unterstützen und wenn also so eine Unterstützung sie sollte ja auch auf längere Zeit dann mal gelten und ich finde das ist dann wenn man einfach nur einen abonniert wegen dann wegen einem Video was man vielleicht geil findet das das Fischer so ein bisschen sag ich mal untreu und deswegen das wäre eventuell ganz geil ich hab erdingend und hier diese also für ihn manche Leute fühlen sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen beleidigt aber das ist meine Meinung und ich hoffe die Respekt ihr auch und ja teilt auf jeden Fall diesen Kanal würde mich freuen und ja Janik wird eventuell glaube ich später wollte dass du auch mal einen Kanal aufmachen oder ja vielleicht ne fuck hier ist ein Gegner Leute ich hab den mit einem Hit Alter wie geil ist das denn man geil Komma wieder da wo ich gerade festhing ja gut ist geil hast du zufälligerweise ein ich habe Gold Helm falls man möchtest ich habe Gold Helm falls man möchtest ich bin immer noch in diesem so mal gucken ob hier noch irgendwer rumlungert obwohl ich glaub da sind noch Kisten drin komm einfach du mal zu mir ja gut ja ich habe auch im Moment keine Essensprobleme so gut ein bisschen was fressen hier Boah Junge dieser beschissene Kaktus ich brauch den nicht so ich werde mal kurz gucken weil ich glaube hier habe ich letztens Spieler getötet und es kann heißen dass da eine Kiste war eventuell ja okay Alter ich hab einen Eisenhelm kommst du mit also also ich wo bist du denn da Alter ich hab eine Fishing Rod eine Fishing Rod lol was habe ich mit bekommen ne Blitz da was kann ich damit machen trotzdem geil haben gibt dir dann keine Kiste kann auch ich war lang na egal wo bist du Janik ja aber ich weiß nicht wo das ist also das ist so ist es so ein so ein Fluch ja Janik und ich wir verlieren uns immer egal was kommen wir verlieren uns immer nein wir treffen uns an diesem Piratenschiff an welchen Säulen an welchen Säulen an den Säulen da an den Säulen na gut dann kann ich wieder zurückschwimmen wo bist du denn an den Säulen an den Säulen an den Säulen und mit Kissen und stein schwer ich hab ich ein Schwert dort kommen naja die also Alter ich komme die Norman es gibt sowohl nicht wo bist du denn Janik nun diese diese zwei kleine Kinder in von uns immer kann ich da irgendwo unter hertauchen ich bin unter diesem scheiß Hafen wahrscheinlich ist es jetzt wieder ein falscher Hafen ich schwimme im Wasser jetzt bei diesem kleinen Prozent komischen Kutter hier hat für blaue Segel in bei so einem riesigen Piraten Schiff so einer Galleone weißt du was ja ja lass mal beim Spawn Treffen ich versuche einfach zum Spawn zu laufen obwohl er aber ich bin jetzt hier wieder bei unserer alten Route glaube ich ja doch ich bin wieder bei unserer alten Route du sollst zu mir kommen ja scheiße Alter ich muss jetzt ich gehe wieder zum Spawn ne werde ich wahrscheinlich sterben aber es ist jetzt auch okay okay dann gehe ich wieder zurück ne da der du bist ganz falsch glaube ich oder egal auf dem Spawn auf dem Spawn gut so dann kann ich wieder die ganze Scheiße hochlaufen ähm der übrigens Leute ich habe mir ein Mikrofon gekauft damit nehme ich zwar gerade nicht auf weil wir bei Yannick sind aber es ist ich habe mir trotzdem ein Mikrofon gekauft habe damit auch schon was aufgenommen was ich verrate noch nicht was es wird aber im Moment noch nicht kommen weil auf dem Laptop wo ich da spiele der hat er hat es nicht weiße der ist einfach nicht das wahre und deswegen konnte ich da das noch nicht hochladen weil das einfach beschützen ist okay ich habe mein Steinschwert verzaubern hat Schärfer eins ich bin beim Spawn übrigens bist du da auch gleich und deswegen um ich kann auch schon mal verraten was für ein Mikrofon das ist ich habe mir das rote NTA 1A oder A1 gekauft ein ziemlich geiles Mikrofon das benutzt eigentlich so ziemlich jeder Let's Player und das hat mich dann ein wenig Geld gekostet aber es lohnt sich ich kann es jedem empfehlen der das gleiche machen möchte wie ich und Julio oder wie Julius und ich fuck oh fuck 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 Yannick ich brauch deine Hilfe ein kleines Miststück ey Fick dich Fick dich ich bring dich um ich bring dich um ja ich sterbe ich sterbe ich sterbe oder nein ich hab gewonnen oder ne ich hab doch nicht nein oh fuck oh man äh kann ich hier irgendwie inspekteten nein du bist jetzt in der Rating Room yeah ähm ich bin scheiß überlegen okay Yannick wir wünschen dir Glück ich muss mich jetzt leider verabschieden weil ich habe keinen Bock um unnötig zu warten hier ähm und deswegen sag ich mal ich hoffe euch hat die erste Folge gefallen würde mich natürlich freuen wenn ihr einen Daumen nach oben gibt und das Video teilt ähm und ja das Deathmatch ja okay wir gucken uns das Match an Yannick hinter dir steht einer und meine lieben achso jetzt ist aber Deathmatch obwohl ne in fünf Sekunden das war ja ähm guck mal die Kisten hey ich lass mich jetzt mal von den Kisten erschlagen Pst Janik du gewinnst ich weiß genau dass du ja du gewinnst locker komm Jannick Jannick bis auf hinter dir hinter dir nein ja du hast gewonnen okay Yannick ist unser Sieger ähm und ja das war schon mal eine ganz geile Folge ja meine Freunde teilt das Video gibt einen Daumen nach oben und spendet eventuell sogar ein großzügiges Abo würde mich sehr darüber freuen und ja schaut mal bei die Super Oldies vorbei ich verlinke den Kanal natürlich in der Beschreibung und man sieht sich im nächsten Video bis dann meine Leute ciao Janik du darfst auch tschüss sagen tschüss